Wir stehen hier vor der Stiftskirche Heiligkreuz. Wie das Patrozinium schon verrät, ist die Heiligkreuzkapelle, also die Vorgängerin, ein Kind der Kreuzzüge. Und diese Kapelle wird erstmals 1275 urkundlich erwähnt. Pfarrrechtlich gehörte die Kapelle zu Ilingen in die St. Jakobuskirche. Und erst mit der Gründung des Chorhahnstifts 1387 durch den letzten hohenbergischen Stadtherrn, Rudolf III., wurde die Kirche zur Pfarrkirche. Und heute ist St. Jakobus ein Filial der Stiftskirche in Horb. Bis 1806 existierte hier das Chorhahnstift und die Kirche brannte 1725 beim großen Stadtbrand vollständig aus. Der König von Württemberg löste dann das Chorhahnstift auf und die Kirche wurde zur Stadtpfarrkirche hier in Horb und erfuhr dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Entbarokisierung. Diese Entbarokisierung versuchte man wieder aufzuheben bei einer Renovation im letzten Jahrhundert. Und die Kirche thront etwa 15 Meter über dem Horber Marktplatz und über der Horber Altstadt wie eine Glucke. Grund dafür ist eine tektonische Verwerfung. Hier haben sich die Erdschichten 15 Meter gegeneinander in der Vertikalen verschoben. An die einstige gotische Kirche, die im 14. und 15. Jahrhundert eine Erweiterung fand, erinnert nach dem großen Stadtbrand nur noch das gotische Brautportal und Teile des Chores. Nach dem großen Stadtbrand von 1725 wurde die große Hallenkirche von Bauleuten aus dem Klosteramt Zwiefalten unter der Leitung des Märchior Schänze wieder errichtet. Von der barocken Ausstattung ist leider nicht sehr viel übrig geblieben, weil im 19. Jahrhundert eine Entbarokisierung erfolgt war und vom ehemaligen barocken Hochaltar haben sich lediglich das Altarblatt und die vier Assistenzfiguren erhalten. Wir sehen ganz links den heiligen Nepomuk, dann den Kaiser Heraklius, der mit dem heiligen Kreuz in Verbindung steht, ebenso wie die Kaiserin Helena und ganz rechts Karl Borromeus. Das sind typische Heilige aus österreichischer Zeit. Rechts vom Chor findet sich dann das Frauenkörle. Hier befindet sich wohl das bedeutendste Kunstwerk am Oberen Neckar mit der Hauber Madonna. Eine Figur, die aus weißem Kalkstein geschaffen wurde um 1410. Leider kennen wir nicht ihren Schöpfer, sondern nur sein Stein mit Zeichen. Das zeigt ein Kreuz und ein W, weshalb man vom Kreuzwinkelmeister spricht. Auf der linken Seite der Hallenkirche haben wir die Taufkapelle, wo sich mit dem Josefsaltar und dem schmerzhaften Muttergottesaltar noch zwei Werke aus der Hauber Bildhauerschule erhalten haben. Brauz Mann 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 Mann